Hallo liebe Bluefit Community, wenn ihr euch auch wieder von zu Hause aus mal wieder richtig auspowern wollt, kommt jetzt ein ca. 20-minütiges HIIT-Training ohne Equipment. Viel Spaß dabei! Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, wie ihr seht, liebe Bluebird Community, ich bin auch ganz gut ins Schwitzen gekommen, ich hoffe ihr auch, ihr hattet Spaß, ihr habt ordentlich Gas gegeben, vergesst nicht, Hashtag Stay Blue!